Besser hier. Jetzt sind auf jeden Fall 3 Clouds on stage mit 1 Sonic. Schatten danach mit Häschen gegen DNL und Cobra. Oh, hohoho. Da wurde er fies gespiked von Affair. Das ist noch zu beschenken alleine. Ja, machen alle. Alle. Kann ich schon mal ein bisschen machen. Das braucht länger. Beides. So unlösig. Was schon heißes Wasser? Ja. Ja. Oh. Stuhl liegt gleich kaputt glaube ich. Was war für noch nicht? Zu Fuß? Wir waren aber bei Herdar Center. Herdar Center. Das sind aber richtig komische Teller. Die sind am besten genau, nimm mal zwei oder willst du solche, kann man auch nehmen, nimm einfach die. Die sind die, die sind die, die sind die, die sind die. Normal. Wo sind meine Kopfhörer? Hast du meine Kopfhörer? Die sind die, die sind die, die sind die. Die sind die, 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 die sind die. Und dann vermisst du es, was wir machen. Wenn er in der Schule rauskommt, dann fällt mir ein bisschen mehr. Ja. 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 Das war... Ja. Jawoll. Auf jeden Fall. Der Scheide geht nicht zu denen. Was ist das für Power-Schalter? Dortmund. Griegel. Ja. Gegen wen lang? Gegen Schelke? Oh, hab gesehen, du hast... Oh, äh, andere, ne? Andere 2.5. Flieger. Ja. Ja, Handicap, alle. Ich gehe nächstes Mal Handicap, alle. Ja. Wir warten nur da, weil kein Set frei ist. Ja, das ist ja der Fall. Ja, das ist so eng. Können wir auch da hinten nennen. Ja, okay. 4-4. Schalke. Ja. 4-4, ja. Sechzigste, fünfundsechzigste, sechundachtzigste und in der vierundneunzigsten. Heftiger Scheiß. Sechzigste. Das Match ist jetzt hier vorbei. Jetzt spielen wir. Und tschüss. Wollt ihr Pause drücken, oder was? Wollt ihr Pause drücken, oder was? Wollt ihr Pause drücken, oder was?